Kennst du die Situation, dass du vor einer Gruppe angegriffen wirst oder in einem Vier-Augen-Gespräch angegriffen wirst und 20 Minuten später fällt dir erst ein, was du hättest sagen sollen? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du als Selbstständiger, als Unternehmer diese Angriffe bekommen wirst. Und deshalb sage ich dir in diesem Video, wie du schlagwürdig wirst, wie du nahezu jeden Angriff auch kontern kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer des X-Hub-Instituts, sondern seit vielen Jahren auch Mitglied in Rhetore-Clubs. Und das Wissen aus diesen Clubs und auch die Erfahrungen aus meinem Unternehmertum, das präsentiere ich dir hier in diesem YouTube-Kanal. Deshalb lade ich dich jetzt ein, diesen Kanal schon zu abonnieren. Bevor ich dir überhaupt die ersten Techniken zeige, ist es wichtig zu wissen, weshalb du dich überhaupt auf Schlagfälligkeit vorbereiten musst und solltest, weil etwas in deinem Gehirn passiert, was dir die geistigen Fähigkeiten raubt. Wenn du jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt oder ganz entspannt irgendwo gerade dieses Video schaust, dann ist deine physische, deine körperliche Leistungsfähigkeit, deine Kapazität relativ niedrig. Du musst nicht flüchten, du musst dich nicht fürchten, du musst niemanden angreifen und du bist völlig entspannt. Und in dieser Situation ist deine geistige Kapazität am höchsten. Du bist aufnahmefähig, du kannst nachdenken, du kannst Ideen bilden, du bist kreativ, du kannst eine Frage gestellt bekommen und dir fällt eine gute Antwort ein. Du kannst in eine Prüfung gehen und du wirst dein Wissen abrufen können. Wenn jetzt allerdings ein Alarmreiz in dein Leben kommt, ein sogenannter Träger, also ein Abzugspunkt, was sein kann, der Prüfungsvorsitzende, der eine Frage stellt, auf die du nicht vorbereitet warst oder der Angriff, der aus der Gruppe kommt, während du gerade deinen Vortrag hältst, dann verändern sich diese beiden Leistungskurven. Diese Alarmreaktion sorgt dafür, dass du komplett dich veränderst. Dein gesamter Organismus wird eingestellt auf Flucht oder auf Kampf. Du wirst zu einem Terminator, der im Blutzucker Spiegel zeigt, deine Wahrnehmung, deine Reaktionsgeschwindigkeit, alles wird größer und besser. Du wirst ein Mensch, der bis zu 30 Prozent mehr Energie aktivieren kann in einer Notfall-, in einer Alarmsituation. Da der Körper aber nicht beliebig viel Energie überall herziehen kann, muss er in seinem Inhouse-Management etwas ändern. Das bedeutet, er fährt in dem Moment die geistige Energie genauso runter wie dein Immunsystem, wie dein Fortplatzungssystem, wie dein Regenerationssystem. Alles wird runtergefahren und gedrosselt. Und dazu gehört leider auch ein Großteil deines Großhirns. Also das bestehende Wissen, deine bestehenden Fähigkeiten, wirst du nicht mehr verwenden können. Dir fällt das Prüfungswissen im Blackout vor der Prüfungskommission nicht mehr ein. Auch auf der Autobahn, wenn du als Erster bist beim Unfall, dann wirst du dein Handy greifen wollen und die Nummer für den Notruf eingeben wollen. Aber sie fällt dir nicht ein, weil dein Gehirn alles abgeschaltet hat wie eine Stadt, wo du mit dem Flugzeug rüberfliegst. Das ist Stromausfall. Da ist alles dunkel, du hast keinen Zugriff mehr. Und das passiert ja auch im Vortrag, wenn du angegriffen wirst. Du möchtest jetzt schlagfertig sein, aber dir fällt nichts ein, solange du in dieser Alarmreaktion bist. Und du kommst aus dieser Alarmreaktion nur raus, wenn du die Hormone, den Blutzucker, alles was in deiner Blutbahn dann schwimmt, diese sogenannten Testosterone, die ich zur Kampfmaschine machen, aber gleichzeitig ein Blackout verursacht haben, die müssen raus. Und erst nach zehn, zwanzig Minuten fällt dir dann auch im Fahrstuhl ein, was du wieder sagen könntest, weil du im Fahrstuhl wieder im Vollbegriff deiner geistigen Kräfte bist und dir jetzt auch das einfällt, was du hättest sagen können. Jeder Schlagfertigkeitsprofi kennt diese Alarmreaktion und bereitet sich deshalb vor. Die erste Lösung für dich ist also fünf, vielleicht mindestens drei Standards vorzubereiten, die wie Coils an deinem Gürtel hängen, während du vorne deine Präsentation hältst. Und wenn dich jemand angreift, dann ziehst du diesen schneller, als seine Alarmreaktion im Körper ausgelöst wurde. Was können nun diese Colts sein? Das können ganz einfache Standardantworten sein, das können Unsinnigkeitsantworten, das können Phrasen sein. Entscheidend ist nur, dass du etwas sagst. Ich werde dir nun einige meiner Colts vorstellen, aber du bist natürlich eingeladen, einen Tettel zu nehmen und dort fünf Linien drauf zu zeigen und deine besten, deine liebsten, deine eigenen Colts dann auch zu präparieren. Meine liebste Standardantwort auf fast alle Angriffe ist genau. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Das bedeutet, ich nehme mir den Angriff auf, stimme mir dazu und gehe weiter zu meinem Thema, sodass der Angriff überhaupt nicht in der Gruppe großartig diskutiert bekommt, dass er keinen Raum und keine Zeit bekommt. Genau und es geht weiter. Der zweite Colt, das den ich ganz gerne mache, mit einer Nansensantwort, einer Unsinnantwort zu entgegnen. Wenn also jemand mich angreift und sagt, Herr Schäfer, wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden? Dann sage ich, das muss ich erstmal mit meinem Bewegungshelfer besprechen. Der dritte Angriff kann sein, wenn mich jemand vor der Gruppe angreift und mir vorwirft, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann kann ich sagen, das, was Sie jetzt sagen, das lässt sich so aber nicht buchstabieren. Der nächste Standard, den ich eingeübt habe, ist ein direkter Standard zu einer Meinungsfrage. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Keiner hier im Raum glaubt, dass das funktioniert, was Sie sagen, Herr Schäfer. Dann sage ich, das ist übrigens Ihre Meinung, was Sie sagen, aber meine Meinung ist, dass es sehr wohl funktioniert. Das ist Prinzip der Zweinigkeit. Auch das kann man trainieren. Das kann man zu 80 Prozent der Angriffe auch verwenden. Der fünfte Standard ist der sogenannte Context-Standard. Wenn mich jemand angreift und mich direkt fragt, vielleicht vor der Gruppe, Herr Schäfer, wie konnte Ihnen das passieren? Das muss man doch wissen. Dann sage ich, ja, da haben Sie völlig recht. In der Regel hängt es vom Wetter ab, von dem Temperatur ab, von dem Raum ab. Ich suche also irgendetwas aus dem Raum und liefere das als Vorwand. Erzählt der eine oder andere vielleicht, ja, ist das nicht alles Quatsch oder Unsinn, solche Calls zu haben? Nun, das kann richtig sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Untersuchung festgestellt worden ist, was einen höheren Wert hat, wenn man auf eine Schlagfertigkeit reagiert. Die eine Möglichkeit ist, man sagt etwas Schlaues, was Qualitatives, was Geistreiches. Und auf der anderen Seite wurde gemessen, wenn man nur etwas sagt, was vielleicht von der Qualität nie weniger ist, aber schnell ist. Mal festgestellt, dass das Tempo einer Schlagfertigkeit die Qualität des Inhalts dominiert. Teilweise sogar völlig egal werden lässt. Wenn du mich also vor der Gruppe angreifst und sagst, was sind Sie für ein Idiot? Dann sage ich, genau und deshalb gehen wir weiter zum nächsten Thema. Dann ist dieser Angriff aus der Gruppe raus. Wenn du allerdings auf diesen Angriff eine Sekunde wartest, fünf Sekunden wartest, zehn Minuten schweigend vor der Gruppe ist, dann wird es richtig peinlich. Das heißt, deine Aufgabe als Lektion Nummer zwei ist es, schnell zu sein. Und das ist relativ egal, was du sagst. Sicherlich kannst du dich mit den fünf Calls vorbereiten, aber viel entscheidender ist, dass du schnell reagierst, dass du mutig bist, auf frech zu sein, dass du es in Kauf nimmst, auch andere zu verletzen. Das gilt es auch zu trainieren. Aber entscheidend ist, dass du schnell einer deiner Calls ziehst und dann wieder langsam zurückkommst in den geistreichen Zustand. Zusammengefasst also ist es so, wenn du vor der Gruppe redest oder ein Gespräch in die Führung übernimmst, dann wirst du angegriffen werden, weil du in der Alpha-Position bist. Dann gibt es immer andere Neider, andere Alpha-Typen, die dich auch dort wegschubsen wollen. Deshalb ist es also elementar, das einfach einzukalkulieren, dass du angegriffen wirst, einfach weil Menschen in deine Rolle rein wollen oder dich stürzen wollen. Das bedeutet nicht, dass du jeden verletzen sollst, aber das sollte zumindest für dich bedeuten, dass du dich vorbereitest, dass andere da sitzen und dich verletzen sollen. Und manchmal kann es auch dazu führen, dass du einzelne Teilnehmer aus dem Podium auch des Raumes verweist. Ich habe sogar schon Hausverbote aussprechen müssen. Also sei dir bewusst deiner physischen Reaktion in deinem Körper. Sei dir bewusst, dass du nur vorbereitest, bestehen kannst und sei dir bewusst, dass Tempo die Qualität ganz klar dominiert, dass das hier die Regel ist, die funktioniert. Wenn du daran besser werden willst, lade ich dich ein, Gruppen zu gründen oder Mitglied zu werden, zum Beispiel bei den Toastmasters, die unter anderem Rhetorik, aber auch Schlagfertigkeit üben. Gerne aber kannst du auch hier dich an die X-Group wenden und wir helfen dir dabei, deine Pitches vor Investoren oder Banken noch besser vorzubereiten.